Wir sehen ebenfalls die Jugend 3, da ist es ein bisschen flexibler. Das sind die Jahrgänge 2004 und Jünger. Unser jüngster Teilnehmer, der bereits die Studie erreicht ist, ist ein Wiederösterreicher, das ist Marcel Niedler, Jahrgang 2007. Auf und hier haben wir eben das Gleichgewicht nicht zu verlieren. Das sieht man in dieser Stufe hier zum Beispiel einen Schweizer Handstand. Ein sehr schweres Element. Weiters tun man die Mädchen in der Überstufe 3, Mondart, Flick, Falterabgänge und müssen natürlich nur diese 10 cm treffen. Auch nicht zu unterschätzen sind die Drehrollen. Sie schauen leicht aus, aber ein guter Träger der Fleischbehörter, wenn man die Spannung nicht kennt. gegenüberliegt den Atstad und beim Ehren. Die dreh utterly ge esperar. Du bist jetzt leider nicht zu honors, denn auch nicht zu rä simples und für die Chirpe. Untertitelung des ZDF, 2020 Schön. 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 Schön.